Hallo lieber Streicherkurs, wir spielen heute ein Stück für euch, das heißt der Dürrige Dreiton und dieses findet ihr auf Seite 30 eures Schülerheftes. Wir spielen dieses Stück auf Spieltempometronom 80 und die Besonderheit bei diesem Stück ist, wir spielen das Stück zweimal und beim ersten Mal spielen die hohen Streicher die obere Stimme, die tiefen Streicher die untere Stimme. In der Wiederholung wechseln wir unsere beiden Stimmen. Ich zähle vier Viertel vor. Eins, zwei, drei, vier. Wir wechseln. Wir wechseln. Wir wechseln. Bis zum nächsten Mal.